wir sind gerade unterwegs den fitnessraum am suchen wir haben hier einen kickofftisch gefunden hier hat sie noch einen raum ich habe keine ahnung ob wir unten rein dürfen keine ahnung hier hat es einen pingpongtisch meine freundin läuft einfach vor in irgendwelche besuchen fitnessraum ja im internet steht immer geschossen wir sind jetzt gefühlt im keller die schon geschaut haus was dir das ziemlich scary ausgesehen So, wir haben es eben noch nicht gefunden, aber das scheint ein Spielzimmer zu sein. Hier haben wir den Schrank von Narnia. Soll ich da mal reingehen? Erinnert mich irgendwie an Visage. Haus Albono. Ding, das gibt es nicht, gell? Da kommt jemand. Der Weg. So, warte mal, hier haben wir doch zufällig die Kipkarts als mein Handy. Ja, klar. Erweiter. Erweiter. Ohne, ich meine. Dann ist es da rechts. Wo, rechts? Warte. Mhm. Sehr gut. Wenn. Ohne, was hier. Da ist's. swallow was hier? Dig, ah, ich bin ordentlicht. Ohne zufällig dengarten. Wie, ich bin ordentlicht. Ohne zufällig! Die immer vielen Krankenchen. Keinem oxenomen. Wie, das Customers auch! Darf ich mal da richtig ziehen? Da. Da, 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 da. Da, da, da? Ja. Ich weiß nicht, dass du... Da läuft so ja Musik, so Ländler. Musik, so Ländler. Fuck man. Hello, wo ist denn der Weg? Let's check where. Ich bin hier drin. Untertitelung des ZDF, 2020